Ich muss mich immer ärgern. Das gibt einen Abzug in eine C-Note. Boah, was? Ja, stell dir mal vor, besser eine C-Note als die K-Note. Da kommt ein kleiner Volvo. Ey, lass meinen Volvo in Ruhe, der ist noch nicht eingepupst. Warte. Ich will pupsen. Jetzt nicht. Oh, dann kam Land mit. Das war ein flatter Schiss. Ein flatter Schiss. Oh, da kommt doch irgendwo, da kommt doch irgendwo. Da ist oben. Du, klar. Hey Leute, was geht, KKTV ist mal wieder bei Gammstadt hier. Im ETS2 Multiplayer leidet heute ohne Kaffen, obwohl irgendjemand steht gerade. Hm, der könnte mal sich bitte bewegen, der Idiot. Nö, keine Lust. Ja, doch heute mit dem Partner, mit dem Michael wieder zusammen. Ich hab mich halt mal ein bisschen in ihn gestellt, einfach ein bisschen weh an den Kuschel und so, weißt du, auf Grisselboot. Und heute fahren wir von Stuttgart aus nach Frankreich. Lieber nach Frankreich. Zwei Asse sind auf dem Weg nach Frankreich. Wollen wir uns dann mal eine Kraft aussuchen? Und da hätten wir von Stuttgart direkt nach Prodauks. Prodauks, ganz oben, Geschenke. Ja, oder nach Rostkopf. Aber ich würde sagen, wir nehmen die Wäsche trocknen. Die Wäsche trocknen? Ja. Na, ja. Nach Rostkopf? Ja. Sind aber über 1200 Kilometer her. Ja, und wir haben noch Zeit. Alles klar, ich hätte ja hier auch noch alles nach Amsterdam. Nee, nicht nach Amsterdam. Also nehmen wir die Wäsche trocknen ab. Ja. Okay, drei, zwei, eins, ein, ab. Und ich hab hier ein bisschen so bei mir, bei meinem Ausnahmestudio, ne, hab ich mir ja hier so was wie ein LKW so hingewiesen, ne, das so, so. Ah. Mit CB-Mikrofon, Handy-Halterung, G-Stars und allem, und, und, und. Ja, ähm, was fahren wir heute? Natürlich habe ich mein Scania zur Inspektion gegeben und muss jetzt mit einem Volvo F-16 Classic auskommen, aber das macht nix. Hauptsache, das Ding hat Reifen und es rollt. So sieht's aus. Und ich war ja generell, Volvo F-16 Classic, äh, sie hat aber wahrscheinlich stehen, sobald abgeben müssen, also die Färze war ja irgendwo, nach meiner Meinung, nicht mehr so richtig ziehlich. Und ich darf natürlich hinten abholen, so so ankappeln. Naja, ich hab mal wieder Privileg, ich darf mal wieder hier vorne abheben. Na, super. Wollen wir tauschen? Ja, aber, aber, aber das macht ja nix. Wir müssen ja fahren können, ne? Ja, ich, ich rangiere noch. Jo, irgendwie will er nicht. Ja, aber irgendwie will er nicht so ganz drunter. Wie würde man sagen, der LKW kann nur so fahren, wie der Fahrer fährt? So sieht's aus. So, jetzt, jetzt hat's aber geklappt. Jetzt können wir? So, Frackpapiere, hab ich. Möchtest du denn vorfahren? Soll ich mal vorfahren diesmal? Ja, okay, dann fahr ich vor. Zu meinem, ähm, Volvo. Äh, ihr seht ja hier ein Michelin-VLC, hab ich jetzt auch. Ähm, gab's jetzt kostenlos. Bei einer Seite leider nur für drei Stunden, schade eigentlich. Aber ich hab jetzt zwei Michelin-Menschen oben auf dem Dach platziert. Dann hab ich die ganzen Klinchen hier. Mein Täschchen von Michelin, mein Duftbäumchen und mein Michelin-Menschen, der auf dem Armaturenbrett auf mich aufpasst. Und noch einen an der, am Kürtel. Der Glücksbringer. Ja, der Glücksbringer. Ja, ich habe, glaube ich, auch zwei Michelin-Menschen oben auf dem Dach. Ja, keine Ahnung. Und natürlich von Andrea Schubert, die Energy-Reifen. Ja, die müssen ja sein, auch wenn's ein Volvo ist. Ja, auch wenn's ein Volvo ist. Wie, wie hat er das in den Asphalt-Kombs in der Sendung gesagt, ähm, wo er sich mit dem Piet Hackmann unterhalten hat, Volvo existiert nur, weil Skanya noch Blech überhatte? Ja, ja, irgendwie schon auch. Trotzdem fahren wir Volvo, weißt du? Ja, klar. Auf jeden Fall, ich sag mal so, ich bin ja begeisterter Skanya-Fahrer. Ja, ist aber auch. Und ich fahr ja auch gerne, ich hab ja auch drei Achser, ich hab auch einen Zweiachser. Ähm, ja, den Zweiachser hatte ich ja in den letzten zwei Videos, hatte ich ja den Zweiachser gehabt. Und, ja, jetzt fahr ich den Volvo, weil meine Skanias sind gerade in Skanya-Werk, die werden gerade, ähm, ja, restauriert? Nee, kann man nicht sagen. Ähm, Inspektion. Ja. Ja, und... Äh, 85. 85, okay, dann komm ich mit 84 und dann los. Also, ich hab jetzt 80 drauf. Achso. Ja, ich hab ab... Ich hab mich ein bisschen angeglichen. Und auf jeden Fall fand ich das so witzig, wo er mit dem Piet Heckmann gefahren ist, der Schubert, ne, und ihn voll abgehangen hat mit dem Skanya. Aber ich sag mal, so ein Schlagschiff wie der von Schubert, der Skanya, ist ja ein 620er. Überleg mal, wenn der Schubert jetzt unsere Wege sieht, oh je je je. Wieso, er wird sich bestimmt noch totlachen. Ja, bestimmt. Ähm, ich sag mal so, das Schlagschiff von Schubert, das ist ja kein LKW mehr, das ist ja schon ein Schlachtbomber. Ja, ja. So, aber der macht trotzdem was her, gerade mit diesem Alcatara-Zeug-Dings, Bums. Ja, ja. Und was ich auch noch witzig fand, war, ähm, wo der Schubert den Brenner runtergefahren ist, wo er sich aufgerichtet hat, ich habe nur Holz drauf, darf nur 60 fahren und ein Reisebusch, die dürfen mit 80 runterblaschen. Das fand ich sowas von witzig. Also ich habe ja alle Folgen gesehen, ne? Ja, ich habe so ein paar gesehen, also, aber ich finde den Schubert eigentlich egal, oder so. Ich finde den einfach nur geil. Ja, du hast ihn ja mal echt auf den Raspers gebrochen. Ja. So, warum bist du ihn sonst noch, aber du hast ihn jemanden. Ja, ja, zum Zufall. Ja, ja. Aber trotzdem, der ist echt cool. Ja, und du durftest dann sagen, wie du es gerne machst. Ja. Das ist nicht der da. Ne. Aber glaub, glaub, das ist auch so, der macht auch Ausländer und kommt auch drauf an, wie du mit dem redest, wie du den, ähm, wie du da hinläufst. Ja, ja, natürlich, wenn du so richtig bachomäßig läufst, weißt du, ähm, ne? Du musst, du musst sozusagen nicht neben ihm stehen mit Hände in der Tasche und laut pfeifen und sagen, boah, was für eine geile Kiste. Du musst einfach nur hingehen und sagen, was für ein geiler Truck. Ja. Und ich sag mal so, dat is'n geiler Truck. Oh, ja. Dat is' ja nicht nur einer von, vom Katalog. Ja, der hat ja, ich glaub, das ist ein eigener Akte. Der ist getunt. Ja. Also, der ist umgebaut, auf jeden Fall. Aber ich finde, den... Der hat nur 620 PS? Ja. 620 PS, mehr hat der nicht. Wie viel? Hä? Wie viel? Was? Ja, ha. Boah, wir haben ja 60 eigentlich, ja. So, dann fram. Ich komm daher mit 85. Nein, auf jeden Fall, ähm, ich sag mal so, die Kiste vom Schubert, da kommt der, ähm, kommt, also es gibt zwar schöne LKWs, die wirklich richtig schön aussehen. Sag ich nix gegen. Weil das, was der Schubert da hat, an den 620er Scania, dat is' einfach nur geil. Und wie der den auch pflegt mit den Zeug und dat Zeug und dat Zeug, da würde ich gar keine Zeit für haben. Das ist auch nicht. Aber jetzt hat er sich ja den neuen Scania gekauft. Mal gucken, wie der fertig ist, äh, aussieht, wenn der fertig ist. Aber ich finde, ich fand das lustig mit dem Reisebus. Die dürfen hier Vollgas mit 80 runterblasen. Ja, leider ist mein PC nicht dafür ausgelegt. Meiner, glaub ich auch nicht, aber man kann's ja verirren, was man. Ja, klar. Hast du denn den Fernbus zum Reisebus? Ne. Ja, gut, der kostet immer noch, also ich hab noch beim Medimax geguckt, ne. Ja. Ja, klar. Der kostet ja immer noch 35 Taken. Ja, gut, aber, ähm, ich sag mal so, wenn sie ne Demo-Version gegeben hätte... Ja. ...kann, okay, gefällt mir das oder gefällt mir das nicht. Ja. Das wär ja auch was ganz anderes. Ja. Aber ich sag mal so, bei mir wird's wahrscheinlich... Ab nächsten Monat... Uh, die ist aber steil, die Kurve. Ab nächsten Monat wird's wahrscheinlich dann, ähm... Ist vielleicht noch so eine Planung, ich weiß es halt noch nicht ganz, äh, vielleicht ein OMSI 2 geben bei mir. Ja. War erstmal für den Spandau, aber ich denke mal, wenn ich mich da so richtig reingefuchst habe, dann mit Gladback oder so, je nachdem was... Also, ich kann dir sagen, also ich bin ja auch in OMSI tätig, ich hab ja auch schon zwei Videos hochgeladen. Das ist aber eins, ne? Ja, eins. Der zweite ist schon, ist schon oben, das muss ich nur noch freigeben. Ich sag mal so, OMSI... Also, ich sag mal so, ich habe viele Bussimulatoren schon gespielt. Wirklich viele. Und ich sag mal so, OMSI ist bisher das beste Bussimulator-Spiel, was in meinen Augen gut ist. Weil, ähm, ich bin schon den Bussimulator 2012 gefahren. Und da ist der Unterschied zu OMSI. Bei OMSI hast du so, die legen dir das Geld auf den Tisch, du gibst die Karte, gibst Wechselgeld raus, fertig. Bei dem Bussimulator ist das aber so, du musst... Erst drückst du auf die Fahrkarte. Dann steht da ein Betrag von 5 Euro. Dann musst du die 5 Euro noch in das Kassensystem eingeben. Und das Kassensystem sagt dir dann, wie viel du zurückgeben musst. Ja, das ist doch, äh, aber schick. So, so wie nicht den Busse. Also, was denn? Also, hier, der Verkehrsbetrieb, der bei mir fährt hier, Borgestra, HCR und die Festtische, die machen das gar nicht. Du legst den 10 auf den Tisch, sagst, du brauchst eine Kurzstrecke, 1,60 Euro oder 70 da. Ja. Ne, die klacken dann, klack, 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 kriegst das Geld fertig. Die machen da gar nicht großartig was mit dem Computer. Ja, bei uns auch nicht, aber die haben trotzdem noch so einen Computer, falls sie doch nicht mal direkt die Preise wissen können. Ja, richtig. So, aber bei dem Bussimulator ist das Pflicht. Wenn du jetzt zum Beispiel das in Omsi hast und du fährst jetzt zum Beispiel bei Berlin Spandau am Rathaus ran und da steht eine ganze Horde. Und du musst, jeder will eine Fahrkarte haben. Da wirst du ja, baller, baller, eine Birne. Deswegen war es das ja meistens ohne, ähm, verkaufen. Ja, ich feier, ich bin ja schon eingefuchst, ich mach das ja schon fast blind. Ja, ja, wie. So, und, ähm, ich find Omsi eigentlich von den Bussimulatoren eigentlich schon das Beste. Ja, ist ja auch cool. Und, ich sag so, ähm, Ich sag mal so, die Touren, die du da kriegst in Omsi, ähm, die hast du ja im Bussimulator nicht. Du bist da auf eine Karte fest und dann kannst du ein paar Routen fahren. Und bei Omsi ist das ja so, du kriegst Winzenburg, Städte Dreieck, Berlin, Berlin X10. Du hast mehrere Karten, wo du auch mehrere Strecken fahren kannst. Ja, wie gesagt, ähm, ja, es gibt halt so viele Spiele, ich wollte nicht mal. Es gibt jetzt, wenn man jetzt mal so sieht, dieses Jahr kommt ja Alice, äh, 18 raus, oder wie ist es? Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Es soll Alice 19 rauskommen, hab ich gehört. Oder Alice 19 bald. Und dann kommt dieses Jahr auch noch On the Road raus, also O. Ja, da hab ich ja, da hab ich ja mal ein Video von gesehen. Und ich sag mal so, ich freu mich auf das Spiel. Und ich werde mir die Early Access Version kaufen für 15 Euro, wie sie es ja gesagt haben. So 10 bis 15 Euro wird die wahrscheinlich kosten. Mhm. Und dann, ich sag mal so, das ist zwar dann noch nicht fertig, das Spiel, also das ist nicht die komplette Version. Aber so kannst du dann wenigstens mit dabei sein bei der Update, bei den ganzen Updates. Also so gesagt, ne Beta-Version. Ja. Die Early Access Version halt, ne? Ja. Aber kostet Fuchs. Und auch, denk ich mal, dann, ich weiß, ich weiß, wie rauskommen. Ich hab ja im Video gesehen, du fährst ja da mit dem MAN. Ja, erst mal. Also die ganzen LKWs dann, was eigentlich dann zu den Updates dazukommen. Richtig. Und du kannst da auch Gliederzug mitfahren, hab ich gehört. Ja, Gliederzug. Und du kannst halt selber ankuppeln, du kannst auch natürlich dann dir einen eigenen Hänger kaufen, ne? Das ist nicht schlecht. Dass du halt nicht, äh, so wie ein ETS dann halt nur mit dem LKW hast, sondern auch gleichzeitig diesen Hänger, ne? Dass du direkt ranfahren musst an die Rampe, einladen. Und sozusagen mit der Ameise dann, oder mit so einem Hubfix dann laden musst. Wahrscheinlich, ja. Ey, das ist ja mal richtig nice. Weil du kannst ja dann aus dem LKW auch aussteigen, ne? Ja. Das heißt, du kannst selber ankuppeln. Also mit das, was wir jetzt hier machen, kannst du dann selber machen. Ja. Und dann holst du dir deine Frachtpapiere, oder deine Papiere, wo du zu welcher Rampe fahren musst, und gehst du da hin. Also sozusagen, sagen wir jetzt mal, ich krieg jetzt einen Auftrag zum Beispiel, ich soll jetzt 18 Tonnen Haribo laden. Sag ich jetzt mal, dann fahr ich jetzt zu der Firma Haribo hin. Naja, zu der Firma A. Ja, oder zu der Firma A. So, und dann geh ich da hin, sag ich, ich komm jetzt von, sag ich jetzt mal, von der Interlogistik. Ja. Ähm, und ich soll jetzt... So ist das nicht, aber ich sag mal so, du hast da wirklich, ich denke es mal, dann, ne? Ja. Also du fährst dann zum Beispiel zur Firma A. Lade dann da und musst dann nach Firma B und das wieder abladen. Gehst wahrscheinlich dann, ähm, zu den Firmenbeutereien, holst deine Papiere, kriegst deine Rampe zu dir und du, ne? Ja. Und du hast ja deinen eigenen Hänger. Du hast deinen eigenen Hänger. Was ist denn das Geale daran? Ja, gut, jetzt hab ich einen eigenen Hänger. Gut, ich hab jetzt einen Planwagen. Was ist aber dann, wenn ich jetzt mal so fragen darf, was ist dann, wenn ich hier zum Beispiel Fischstäbchen transportieren soll? Ja, dann hast du einen eigenen Hänger. So, aber ich hab dann nur einen Planwagen, weil ich jetzt vielleicht das Geld nicht für einen Kühler hab. Ja, dann darfst du halt nicht mal, dann darfst du halt auch noch nicht Kühlware fahren. Aha, okay. Es hat halt wie diesmal realistisch gehalten, richtig realistisch gehalten. Ja, und dann? Jetzt mal von den LKWs weg, gehen wir mal zu den Städten. Das ist ja 1 zu 10 gebaut, das heißt, das, was wir an Schildern haben, ist doch richtig realistisch gemacht. Die Schilder sind realistisch und die Ausfahrten, wie Autobahnkreuz und so, ist ein bisschen breiter gehalten. Ja, also wenn ich mal überlegt, du musst dann mit dem Gliederzug runter, oder rückwärts ran fahren mit dem Gliederzug, dann wird schon... Also es sind ein paar Sehenswürdigkeiten eingebaut in die Städte. Also ich habe gehört, mal in dem Video, was ich gesehen habe, der Eiffelturm soll in Paris sein. Naja, wahrscheinlich. Das heißt, im Endeffekt, die Städte sind größer als in den GTS. Ja, da wird auch wahrscheinlich ein bisschen mehr Abladestellen geben. Ja, ja. Und ich sag mal, ich werde mir die Early Access-Werturm holen, das heißt, ich werde einer derjenigen sein, der mitentscheiden kann, was in den nächsten Monaten passieren soll. Aber sind dann die Updates kostenlos, oder muss man dann dafür bezahlen? Das heißt, sie sind dann kostenlos, weil du hast ja die Early Access-Werturm verteilt. Jedes Update, wie bei ETS, ist dann nicht mehr verkostet. Okay. Achso, du hast den gewahren, ne? Ja, und wir können auch hier rumfahren. Das ist große Lennung. Da ist ein Navi. Das ist Karma. Und, ja, da wollen wir mal gucken, ne? Aber ist leider kein Multiplayer. Das ist ja jetzt in einem Skankreich. No? Nee, noch nicht. Das ist ein Diverlauch. Genau. Nee, wir sind kaum im Monat von Strafen. Ui. Genau, aber schon weiß ich nicht immer. Ich bin nach 932 Kilometer abisch. Ja. Und jetzt mal so ein bisschen Eigenwerbung, so mit einem Video. Wenn ihr Potter zu fahren oder Spaß daran habt, zu fahren, und ihr gerade noch eine Position sucht, weil ihr ETS-2-Fahrer seid im Zingetair oder im Wurgejahr, dann könnt ihr natürlich auch bei uns als Bewerben, Heelspeaker, haben wir, bald haben wir noch eine Homepage, da könnt ihr gleich noch ein bisschen was dazu erzählen. Ähm, und wir suchen auf jeden Fall Paarer, aber wir suchen natürlich auch weibliche Beteiligungen, das heißt, hier jetzt klingt das nicht ein Lob, aber Paarerinnen. Ähm, natürlich, Alterungsbegrenzung ist so ab 12, ne? Eigentlich hatten wir es mal ab 16 gemacht, aber da wir viele, junge Fahrer noch haben, so wie unser lieber Rektor, Namen müsste ich jetzt nicht sagen, aus Strafenschutz und so, ähm, der ist zum Beispiel 13, das heißt, ihr könnt euch, wenn ihr eine ordentlich Stimme habt, und ordentlich fahren tut, ähm, könnt ihr euch jetzt schon ab 12 oder 13 bewerben. Also, wir haben dann kein Problem, solange ihr ordentlich fahrt und in der Fahrschule besteht, äh, haben wir kein Problem, weil wir haben natürlich auch eine Fahrschule, wir haben ein gutes, ein nettes Personal auf jeden Fall, also, der Micha ist nett, ich bin nett, wir beiden schon nicht beschlucken am Ganzen. Ja, mit Ketchup. Und jetzt könnt ihr, liebe Micha, was zu der Homepage sagen, die wahrscheinlich bald online stehen. Ja, was soll ich zu der Homepage sagen? Die Homepage, ähm, ist, also sozusagen ein kleiner bis großer Einblick in unsere Arbeit. Ja. Unter anderem sind da auch noch ein paar Informationen drin zu LKWs, Anhänger, ähm, ja, Aufträge. Und natürlich auch Informationen von den Paaren und von den Großen, also von Personalabteilungen, Richtig. Also ich sag mal so, auch die Homepage könnt ihr euch ein bisschen lesen, wie die Personen, was die Personen machen, welche Hobbys sie haben, welche Musikrichtung wahrscheinlich sie hören, auch wenn das jetzt, bei mir wird das wahrscheinlich... Also sozusagen sollte die Homepage zwar uns präsentieren, aber auch für die Bewerber oder die Fahrer, die es werden wollen, Informationen zu unserer Firma gibt. Das heißt... Da passt hier so ein Interview sein. Hä? Da wird ja fast ein Interview sein, wenn du sagst. Ja, wieso denn nicht? Nein, also es heißt, es ist eigentlich nur so, die Fahrer, die sich bei uns bewerben wollen, und können sich schon mal vorab auf der Homepage informieren, was für Fahrzeuge haben wir oder was für LKWs fahren wir, wer ist in der oberen Etage, wie du gerade schon gesagt hast, Personal, Gründer und so weit alles. Und, ähm... Ja? Ja? Das ist jetzt in der Fächer, aber was du warst, was ich beim letzten, die du vergessen hast? Was hast du dir gesagt, ob du dich vergisst, was nicht? Was habe ich denn vergessen? Nein. Du warst ja in dem... Ein Backwisch komplett allein hast du dir ja gesagt, hoffentlich vergesst du es nicht, um die Infos zu... Ach so! Hast du es vergessen? Ich hab's nicht gesehen, dass du... Aber dafür hab ich sie ja reingeschrieben. Ja, ich weiß nicht, wo du auch reingeschrieben hast. Also, jetzt, soweit ihr das Video steht, sehe ich, wird sie natürlich drin stehen, beim Ein Backwisch komplett allein. Ja. Ich werd' dich noch mal dran erinnern, und auch für meine Zuschauer auf meinem Kanal, von Michas Let's Plays, ähm, seid nicht traurig, wenn Tim, wenn Cupcake TV sagt, ich mach nur die TS-ID rein. Nein, stimmt nicht, ich mach sie natürlich auch rein. Und warum hubst du jetzt? Ja, wie geht's dir? Ganz gut, und selber? Ja. Ja, sowas macht er auch, machen wir auch zwischendurch mal. Willkommen in Frankreich. Ähm, genau, wie war der Franks. Auf jeden Fall, wenn ihr euch bewerben wollt, guckt in die Beschreibung nach, da ist unsere TS-ID. IP. IP, ja, okay, TS-IP, Dankeschön. Ähm, was braucht ihr eigentlich, kann ich euch, können wir euch auch sagen, ihr braucht eigentlich ein Mikrofon oder ein funktionierbares Headset. Ja, das ist ja wieder Luxusklasse. So, was braucht ihr noch? Ein Team-Speak-Client, hab ich gerade schon gesagt, ein funktionierendes Mikrofon oder Headset. Gute Laune, ein, den, den Eurotrack-Simulator 2, Multiplayer bräuchtet ihr. Und, ja, den Rest kriegt, den Rest kriegt ihr von uns. Ähm, du, Micha? Ja. Ich verbranke mich, kann nur noch ein paar Meter fahren, glaube ich. Ja, da vorne kommt eine Tankstelle. Naja, weil ich hab auf meinen Tacho nur, so, warte mal, warte mal, ich kann noch, ca. 1197 Kilometer an. Ja, dann fahr da gleich ran und dann kannst du tanken. Ja. Wie war das mit 30? Ja, auf jeden Fall werde ich in der Beschreibung auch die TS-ID reinpacken. Ich werde auch euch einen Link zum Cupcake-TV reinpacken. Ja. Und wenn dann unsere Homepage steht, werdet ihr auch einen Link finden zu unserer Homepage. Mal sehen, wie viel der Volvo hier schluckt, hey. Ja, und jetzt gucken wir uns gerade mal an, wie der, wie der offiziell Cupcake-TV am tanken ist. Ja. So. Guck mal, sogar mit... Ja. Ja. Und, ja. wir freuen uns auf jeden Fahrer oder Fahrerinnen, wenn ihr möchtet. wir geben jeden eine Chance. Wenn ihr möchtet, bewerbt euch täglich, so würde ich sagen, ab 18 Uhr könnt ihr reinkommen. Da sind wir auf jeden Fall da. 1.418 Euro. Ja. Eine Stange Holz. Ja. 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 Auf jeden Fall, bewerbt euch, ob jung, ob alt, ob Männchen oder Weibchen. Bei uns sind alle... Also auf jeden Fall seid ihr bei uns alle herzlich willkommen und ich würde mich freuen, wenn wir ein paar Fahrerinnen kriegen würden, die sich bei uns anschließen für unsere Nadine. weil das ist nämlich die einzigste Dame zur Zeit bei uns in der Firma. Ja. Also wie gesagt, wenn ihr Lust und Laune habt, äh, oder Meldet euch einfach hier auf dem Teamspeak oder schreibt mir einfach per YouTube in die Kommentare und ich werde euch dann einfach eine Zeit sagen, wann ihr dann circa da sein könnt, also einen Termin und so werde ich dann euch mal geben und genau so wieder meschen. Richtig. Weil wir sind ja nicht immer da und wir sind ja auch nicht 24 Stunden auf dem Teamspeak. Wir sind meistens so ab 15 Uhr bis circa eine Uhr meistens da und noch länger. Und apropos, da ja das Video jetzt schon am Freitag kommt, also morgen, also am 13.11. würde ich euch noch mal darauf hinweisen, dass ab 80 Uhr ein Live-Tree auf Twitch startet, zwar nicht von mir persönlich, aber von einem Fahrer, also von unserem Fahrer, der hat den Philipps 76 XC, ein Puls-Schleiß-Team startet 24 Stunden ETS 2, also wer dabei sein möchte, kann mit gerne vorbeischauen, natürlich genauso wie im Teamspeak kann man gerne rumschauen, wer mitfahren möchte, kann mitfahren und ansonsten gebe ich das Wort so viel an mich. ich kann das gleiche nur noch mal wiederholen, aber das lasse ich, lasse ich lieber, weil ich bin ja keine Wiederholungs-CD und kein Papagei. Du hast auch keine Schallplatte. Richtig, eine Schallplatte mit Sprung. Auf jeden Fall, ähm, genau, Freitag am 13.11. also sprich, ich weiß nicht, wann ihr es guckt, das war fast ein Balken. Heute? Also heute? Um 18 Uhr findet dann der sogenannte Livestream-Start, 24 Stunden ist er online. Und ihr werdet uns, wahrscheinlich mich und den Cupcake-TV werdet ihr auch auf jeden Fall sehen werden. Sehen? Hören. Ja, hören und sehen, würde ich mal sagen. Also jetzt unsere L-Cafés werdet ihr natürlich sehen. Ob mein Scania bis daheim wieder da ist, kann ich euch nicht versprechen, aber ich hab ja noch hier mein Volvo und der wird mich dann auch noch begleiten in der Zeit. Ja, und schaut im TS vorbei, schaut beim Stream vorbei auf Twitch, ja, und den Rest? Ist da vorne hell? Nö, dunkel. Dunkel? Ja. Ja, meinst du, ich zieh da mit 80 rum, oder was? Ja. Das ist auch so. Auf jeden Fall wird das richtig interessant werden beim Livestream und ich hoffe mal, ähm, ich hoffe mal, ähm, es wird uns riesig Spaß machen, natürlich, weil wir dann nach den 24 Stunden ziemlich im Arsch sein. auf jeden Fall lohnt sich das reinzuschauen. Also ich sag mal, so Spaß ist garantiert, auf jeden Fall, und Umfälle sind natürlich auch garantiert, dann, und ja, das war's eigentlich schon zum Beispiel. Wollen wir, wollen wir euch jetzt nicht weiter auf den Sack gehen, weil ich knutsch vielleicht den lieben Micha. Das kommt davon, weil du so dicht aufrollst. Ich hoffe, den Zuschauern ist ohne gut. Ist egal, ich war's nicht. Das war mein Volk. Ja. Wir können weiterfahren. Ja, wann die nächste Folge von uns kommt, wissen wir noch nicht. Wir lassen uns selber mehr Zeit. Normalerweise sind wir so verrückt, wir könnten jeden Tag ein Video drehen. Ja, ich wollte gerade abbremsen. Das ist nicht mein Problem, wenn du bremsen musst. auf jeden Fall sage ich euch nur mal so, es werden die nächste Zeit, werden viele Videos kommen, wie der Tim schon gesagt hat, mal von Omsi, mal von ETS, vielleicht auch irgendwann mal auch ATS, also American Track Simulator. müssen wir halt schauen, oder auch ich fahr mal alleine für euch durch Amerika ist ja auch kein Problem. Natürlich, in Omsi könnt ihr natürlich auch sagen, hier, Micha, fahr mal Omsi, Gladbeck oder Berlin im Schnee. dann gucke ich mal, ob es machbar wäre und dann mache ich das für euch natürlich. hier wird wahrscheinlich nur eine einzige Folge gegeben, von Omsi und das wird bei uns wachs, da und dann merkst du Vorbilder von Apropos, was ich tun, wie ich Mausstellen sagen wollen, ist, und zwar wie der Micha gerade hier anfährt, das ist völlig falsch, natürlich. wieso und kann natürlich automatisch direkt wursen. Tschüss, Micha. Tschüss. Natürlich, sag ich mal so, es gibt eben jemand, der macht es richtig und manche machen es falsch oder beide machen es richtig, aber ich habe mir gedacht, ich nehme heute mal die nette Kassiererin. Mit in den LKW oder mit in den LKW? Die habe ich gerade eingeladen, die sitzt hinten auf Rückbank. Ja, die denkt gerade, was hier für einer versucht abzubiegen. Natürlich wird es vielleicht auch irgendwann mal vielleicht ich lege keine Steine in zwei, wenn keine Steine da sind. Nein, passt auf, wir haben vielleicht eventuell vor, uns einen LS-Server zuzulegen oder der ist schon sozusagen in Bearbeitung, in Planung und wenn wenn der dann richtig läuft, dann werden wir auch euch mitnehmen auf den Träger und werden ein paar Heuballen und Schweine besuchen, Kühe, Schafe, was gibt's noch? Hühner? Dann werden wir ein bisschen Heuballen pressen, ein bisschen Rasen mähen und so weiter und so weiter. So ein bisschen Landluft schnuppern, ja natürlich ich als Heuschnupfen Mensch, dann werde ich wohl die ganze Zeit miesen, aber ist ja nicht real, ne? Und ja, wartet einfach ab, was hier noch so großartig passiert, es wird auf jeden Fall noch ne Menge passieren. Seit wann kann mein Navi reden? Ey, ich hab mal gehört, es gibt Navis, die sagen dir sogar Achtung Baustelle. Das müssten die noch in ETS einbauen. Ne, das ist ja schon wieder, da ist ja der gewisse Herr von 1900 so wie Schlag mich tot. Das wollte ich jetzt nicht so direkt sagen. Aber ein bisschen Geschichte muss auch noch sagen. Gucken Sie mal bitte hier aus dem Fenster, da sehen Sie eine Mühle. Ups. Ja, es wird schon richtig lustig und viel geben auf unserem Steam, auf unserem YouTube Kanal. Achtung, Baustelle. Mein Navi hat eine Klatsche, das redet. No, Achtung, Baustelle. No. Achtung, Alarm Einsatz. Achtung, Alarm Einsatz. Okay. Nein, gibt's nicht. Und da war das schlichtweg. Ja. Ja. Also ich sag mal so, bei mir können wir begriffen, ich hab mit immer schon früßend sein. Wenn nicht sogar mehr. Also ich hab null. Ja, schön. Du hast da die Leid angekriegt. Nö, aber fast die Einfahrt nicht gekriegt. Nein, du Spitter! Immer noch nicht geknutscht. Nö, 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 nö. Also der Cupcake-TV muss mich immer ärgern. No. das gibt einen Abzug in eine C-Note wo was ja ich aber verbesserte C-Note als die K-Note ey lass meinen Volvo in Ruhe der ist noch nicht eingepupst warte ich will pupsen oh dann kam Land mit das war ein flatter Schiss ein flatter Schiss oh da kommt doch irgendwo, da kommt doch irgendwo, da ist oben du Kler und das im Livestream, du Idiot du bist echt ein Arsch da war Karma das war ein Not-Karma Spinner ja so was passiert auch mal, dass der einfach einen Lack hat und voll vor die Laterne fährt jetzt kommt ein französisches Spaghetti mir doch egal, sieh zu wie du da rauskommst soll ich jetzt umdrehen oder wird ich kann nur jetzt die Rückfahrt fahren ich denke ich bin schon wieder fest ach so am Schilzen oh das ist natürlich ganz viel gemacht ne Willkommen in Frankreich da ich glaub ich muss mich abzuhören lassen oder muss er alleine weiterfahren ne wieso das ist doch auch abzuhören ne da kommt nicht gut im YouTube Scheiße jetzt bin ich in den Autopark Board gefahren also wir lassen uns abzuhören nach Paris genau so haben wir dann eben kappen oder ne das wird direkt alles klar so wir rufen jetzt den ADAC in Polen natürlich ADAC genannt ADAC 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 also ich bin fertig also ich bin fertig ja ich noch nicht ich bin noch im Anflug also der Schlepper der glaubt er ist einmal hin hat dich abgeholt ist zurückgefahren hat mich abgeholt ach so dann könnte ich ja eben kurz nochmal die Bollen aus dem Frack prügeln ne naja außer die Bollen ja 737 47% Adac ne 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 nachher ich fast gar nichts für eine Zugmaschine da haben wir so Uhr Uhr welcher erst vorwärtsgang einlegen dann losfahren ja aber hey wir haben das sind wir wunderschön wenn wir zurückgefallen na leider ne liebe Damen und Herren gucken Sie jetzt mal geradeaus und was kriegt man in Frankreich der Renault der Renault Magnum und Premium also immer das Aquarium und immer äh ja der Andrade gar kein Spitznamen nur das Aquarium der Magnum also ich finde ja Magnum ganz lecker wenn es aus der Truhe kommt ja als LKW als LKW nein danke ne also das bräuchte ich nicht aber es hat glaube ich noch so ein Genick da hin gezogen und geschnitten auch naja ich habe da gerade so etwas Knochenmäßiges auf dem Boden liegen sehen ja warum fährst du im Verkehr durch den Kreisverkehr ist das so ein doof Wacke nö fährt er Verkehr durch den Kreisverkehr ich kürze bloß ab ach so oft auf Cupcake TV mäßig oder ich will immer ich will immer dich mit dem Vornamen anreden sehr grässlich das gefällt dir doch nicht oder was ja gefällt dir doch nicht ab und zu ne aber musst du ja wissen hey bis jetzt wurde ich noch nie gesagt das ist ja echt witzig also ich wurde mal gebannt das war ja auch ganz komiose kuriose Sache ich war in England weißt du da ist ja Linksfahrgeburt da kommt einer von links und schiebt mich rüber ok auf die andere Fahrbahnseite also jetzt in auf der rechten Fahrbahnspur hast du gefahren abgeburt nein ich hab da Gasped ich bin abgerutscht ähm und dann und dann wurde ich gebannt ok weswegen keine Ahnung weil ich angeblich Frong Driving Frong & Ghost Driving singen und da wurde ich dann gebannt ja was bleibt mir anders übrig bis zum Singleplayer weitergefahren ich stehe nicht gerade ich bin dicker mit Zentraler wenn einer nur damit was Elfo holen kann und dann ich bin dicker schon wieder heim und bin vorbei dann bleibt und dann bleibt fest mit dem ja bei dir kann man nie so sicher sein dann und nicht mal bedanken hat sie gar nicht gesagt ab habe ich doch heute wie besoffen in Frank Rorsch da gibt es leckere Bad Garts und die Euro Viva Viva Las Vegas Viva la France heißt das ja Du hast ein Hangover Oh also ich war ja letztes Jahr war ich ja fast jeden Tag auf der Kranger Kirmes und dann stündlich also mehrere Stunden und da war ein Fahrgeschäft ich bin gerade hier voll am Lacken kann das sein ähm da war ein Fahrgeschäft so ein Freefall Turm und wenn du jetzt dich nicht gleich verpisst von meiner Seite dann gibt es gleich Haue der hat uns Lack ja was aber kann ich denn dafür keine Ahnung ich spreche gleich die Aufnahme ab dann kannst du alleine weitergurken nö Michael doch nö komm entweder hat mich jetzt jemand wieder angeschrieben oder irgendwas ist wieder los nein auf jeden Fall war da so ein Freefall Turm der heißt Hangover dann hast du jedes Mal gehört das ist der Hangover oh 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 das hat mich nicht aufgeregt aber irgendwann mal konntest du schon da ist so ein Ohrwurm weißt du da der Wurm sitzt dann im Ohr drin und du singst dann jedes Mal diese diese Zähne weißt du das ist der Hangover oh 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 ja den Ohrwurm habe ich öfters boah ich bin schon wieder am locken scheiß Frankreich das haben sie auch gesagt das fangen so an hier ich geh es nicht geh mir weg vom Arsch sonst kann es weh tun oh das ist doch echt zum Kotzen ja das ist halt nur die Gärmung halt jetzt läuft sie los müssen ja komischerweise wenn ich am Restplatz vorbeikomme dann fängt er an zu lacken die Restplätze sind doch genug ja oder ist es mich irgendeiner wieder am anschreiben dass ich es nicht mag und dann keine Ruhe gibt ja wie er so ein halbes Buch schreibt weißt du ja das Video kannst du in der Tonne kloppen so wie es ist was ist das Video jetzt denn? boah das lackt und lackt und lackt und lackt dann geht es wieder gleich lackt es wieder hast du denn noch auf Aufnahme? ja sicher und wieder lackt und du lackst wieder ja ich hab die ganze Zeit auf Aufnahme du springst mal hin, hin, her, hin, her ich weiß auch nicht was das ist man kann nicht mal eine Aufnahme vernünftig laufen nicht bei dir ha 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 bei mir schon meine Güte da muss ich halt alles rausschnippeln oder was? ja jetzt geht's doch wieder oder? ja jetzt sagt doch der hat bestimmt einer lange Weile und sagt ja ich schreib dem mal an ja schon wieder schon mal abbrechen und dann fahr ich doch nicht mal normal von vorne an jetzt ziehen wir das Ding durch egal ob es lackt oder nicht ja wieso man kann es ja auch rausnehmen was? das sind ja nur ein paar Sekunden immer da schreibt dich wohl ganz niemand an ja ja aber dann halbes Buch wahrscheinlich hey komm bin ich im Frank ja sehr aber du warst ja noch nicht Frankreich ja warum soll's denn dann lacken? brauchst du mich schon mal hier im Frankreich? ja ich war ja ich war schon mal in Frankreich und hast du gelacht? mit der Aufnahme nicht also ohne Aufnahme ist bestimmt irgendeiner der schreibt mir wieder einen halben Roman also ja mal wieder ja ja die ganze Zeit lief es ohne Probleme jetzt fängt das an warum sind wir in Paris? überall war es gut kannst du vergessen ich spring jetzt nur noch hin und her ja sind aber nur Sekunden hm was machen wir da jetzt so? ja du wolltest nach Frankreich ja weil wir das ja in der Küche angekündigt haben ja schon wieder kaputt die Aufnahme ich glaube es ist normal alles ja wir 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 Vielen Dank.